Nein, und somit ist die Kreienzunft geboren worden. Speziell an dieser Kreienzunft ist, dass man von Anfang an Frauen in die Zunft getragen hat. Und Zunftmeister oder Zunftmeisterin hätten von der Bevölkerung gebaut werden können. In den vergangenen Jahren bei 24 Zuchtmeistern und Meisterinnen werden jeweils zwei Jahre ins Zelt geschwungen. Die aktuelle Zuchtmeisterin in Bremen ist die 25. Zuchtmeisterin in den Drittholfen im Bezug. Zunftmeisterin in den Drittholfen im Bezug. In Zunftmeisterin kamen die 16.000 Euro in die Zuchtmeisterin in Bremen. Und die Akten wurden in der Zuchtmeisterin in den Drittholfen. Im Moment ist die Streitungszeit des Westens in der Oberfläche. In den Norden mit der Zuchtmeisterin in den Drittholfen in den Drittholfen. In den Norden mit der Zuchtmeisterin in den Drittholfen im Bezug. In den Norden mit der Zuchtmeisterin in den Drittholfen im Bezug. In den Norden mit der Zuchtmeisterin in den Drittholfen umdrehen. Und in diesen anderen Reihenzellen Sie wegnehmen. Die sind die erste Highlights von uns und dem Drittholfen im TREITZONZO. Es gibt weitere Highlights, nach dem Grosser von 50 Oma und am 14. August. Bravo, Kreienmusik, Endbuch. Mit ihrem Sujet Tanami. Tambour-Major ist Matthias Zemm. Präsident Adi Wieli. Kreienmusik führt im Anschluss an das Umzugsfest. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.